Die Schwierigkeit daran ist, zu erkennen, in welche Richtung schleudert das Fahrzeug weg. Nur wenn man schnell genug ist und lenkt, kann man das Fahrzeug wieder in den Griff bekommen. Teilnehmer fragen auch immer, wie sieht es aus mit meiner Reaktion, bin ich noch fit genug? Und mit dieser Übung der Dynamikplatte wird natürlich auch die Reaktion gefragt. Kommt die Lenkbewegung zu spät, dreht sich das Fahrzeug weg. Die Lenkbewegung Die Lenkbewegung